ich glaube ich nehme jetzt auf warte mal denn ich nehme auch gerade recht zum zweiten mal mit convidia shadow play auf nicht mit frapp also er nimmt jetzt auf der ton sollte auch okidoki sein so dann sage ich erst mal hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play ist ja echt lang her und auch noch in hotz ja ich habe jetzt auch endlich meinen rechner aufgerüstet er war ja die ganze zeit auch defekt gewesen ja wegen umstimmigkeiten mit mir und meinem rechner da ich wollte nicht mehr weiß ich darf mich beleidigt dann habe ich erst mal die ecke gestellt ja ich habe jetzt eine grafikkarte drin weil die letzte ist durchgebrannt und auch ein bildschirm diesmal 19 zu 10 format 1750 gtx halt schon mal eine ältere grafikkarte aber richtig gut es läuft alles flüssig sogar auf hoch du hast nämlich gerade gesagt also man geht mal gerade auf die option bei grafik das geht ja bis zu ultra die einsteiger ich weiß aber das mache ich jetzt nicht oder soll ich mal ausprobieren denn ich habe alles ja mich wundert es gerade dass du das spiel so hoch drehen kannst denn bei meinem extrem ja es gibt noch extrem und ultra war jetzt mal extrem kann es immer noch flüssig wir müssen dann gleich mal ins spiel reingehen worauf ich hinaus will ist ich habe die 750 ti auch also am alten pc hatte ich die drin als übergangs grafikkarte als ich doch mein laptop verkauft habe genau und der laptop der hatte eine 770 m drin die war ich glaube die 750 ti war glaube ich drei oder vier mps besser gewesen wenn ich das jetzt richtig im kopf habe ja die gdx 650 die ich vorher drin hatte höchstens 30 35 bei dem spiel zu 38 und die wird locker mit 40 45 locker komplett flüssig also ich konnte damals also an der kiste was ich hier noch hatte konnte ich das spiel nicht so hoch zocken wie du es gerade erwähnt es liegt vielleicht auch daran naja den i3 den du drin hast der wird besser sein als die stromspar cpu die der der alte kiste da hinten drin hat stromspar cpu ja von amd alter ja gut die stromspar dinger das war auch nur eine kurze zeit lang die waren nicht so ich komme jetzt noch mal rein ich muss nur schnell ein update machen von zwei sekunden weil ja ich weiß ich muss kurz ein update machen da ist gerade erst gekommen sonst kann ich nicht starten dann kann ja ich jetzt weil das deshalb habe ich gesagt du sollst dir das thema mit der grafikkarte noch mal aufheben jetzt kann ich ja zu meinem thema kommen warum ich mit nvidia shadowplay aufnehmen muss denn nvidia shadowplay ist das einzige aufnahme tool was let's play also aufnahmen von spielen machen kann in 4k ja denn ich du weißt ich habe ja neuen pc und ich kann in 4k und ich komme da rein das ist halt echt krank ja 4k ist gut ja ja aber ich bin froh ich habe meinen bildschirm erzählt und da ist die kundenreflexzeit wesentlich höher okay das heißt er kann auch besser wieder ein das ist so geil die kann alles flüssig naja alle spiele aber doch alle spiele laufen grundsätzlichen ticken besser jetzt und bei hot habe ich jetzt auf extrem stehen und es läuft mal gucken wie flüssig ja wir sind noch nicht im spiel drin ja ich weiß ich schlage ich noch mal ein ich muss ja das ist nett danke es läuft komplett flüssig geil jetzt muss ich mal gucken du siehst so knackig außen bei dem grünen film ja ich habe auch voll die reflexe und glanzeffekte drauf ja ich kann mir gut vorstellen weil du hast ja die i3 drin was war das dritte oder vierte generation mit mindestens drei gigahertz ich glaube drei irgendwas also drei was weiß ich drei drei vier irgendwas höheres hat in der richtung drei jahr dritte generation ist ja ja genau und ich habe halt dieser stromisch war cpu da hinten der hat ja nur 2,5 gigahertz ach so ja meiner 3,3 pro kerne und das übel das scheiß ding immer zusammen wieder eine länge das hat auch heute so lange gedauert warum ich erst ein bisschen später nach der pizza zugekommen bin das spiel musste noch ein riesen update machen der hat das auf der festplatte gefunden jetzt kann ich nicht meine helden auswählen der labert hier noch die wird noch runtergeladen ich muss mir eine anderen aussuchen schade ich nehme doch den tank oder so da geht das nicht doch müsste ja geht auch nicht wieso nicht verfügbar werden das spiel ein patch benötigt was soll das denn du musst raus bei mir ging das doch auch nicht und ich habe eben gerade ein patch gemacht du musst kurz raus und dann wieder rein ich tut mir leid klasse das der kam eben gerade rein ich wollte gerade auf bereit klicken ich habe ihn jetzt schon runtergeladen deswegen kann ich auf bereit schafft aber du nicht gut dann bis gleich schönes gepluchbar dann trinkt mal ein genau why not why not ich trink wasser gerade ist immer fertig oder was du bereit bist jetzt da aber ich muss ja die richtige charakterin auswählen soll ja mach das mal bereit ich bin breit nee das leider nicht ja ich bin also durch alkohol einiges ja genau irgendwas wollte ich doch noch gerade genau was halt das blöde ist in instagram habe ich das schon gepostet aber instagram da wo man diese bilder hochlädt das blöde ist ich kann ganz weit in 4k und 60 fps aufnehmen aber ich kann nur über umwege das exportieren also das dann umwandeln quasi also sieht halt so aus wenn ich das ins schneidprojekt rein tun in meiner dort premiere cs6 dann kann ich schneiden ist kein problem aber beim exportieren kann ich mit dem standard codec maximal 4k mit 30 fps exportieren ist eine reine schreibarbeit das ist keine rechenarbeit er schreibt das ja einfach nur weg dafür sind fest ein bisschen zu langsam ich gehe mal kurz ein bisschen leiser machen hier kurz jetzt geht es ja ich bin ich bin der höchsten auflösungsstufe und nichts ruckelt nicht ultra ich bin auf extrem geh hoch geh hoch geh hoch geh hoch okay du bist noch mitgekommen du bist noch mitgekommen beim thema gerade eben dass man das ohne codec exportieren kann ja genau das ist halt eine reine schreibarbeit das ist kein umwandlungs aber die cpu tut eigentlich nichts nur die festplatte und jetzt schätzt mal wie viele stunden das gebraucht hat die acht stunden nee 6 7,18 stunden ich habe mal genau wissen ich gehe mal gerade auf instagram zocken alter gegner müssen erst mal kommen die sind doch schon da stehst mitten im weg die gab ja ich weiß ich bin der fanfighter und warte mal da kommt es so an drei jahren und es ist voll daran er ist wie geht es ich habe nur eine handkarte frei ist es denn wo ist es denn auch was so eine auflösung ist sogar die schmach gewandelt ich habe drei diamanten okay ich habe es ich habe alle daten gerade offen das eine hat mir gefehlt also weil dir das auf die festplatte schreibt hat das 30 stunden gedauert hast du 30 stunden 30 stunden und kräfen vorsacht mescha rate mal wie groß diese datei wurde keine ahnung das ist unkomprimiert 4k 60 fps was weiß ich nicht schätze mal wie groß eine minute ist das weiß ich nicht ich sag mal 10 gb alter für eine minute gerendert nein willst du noch mal schätzen weiß ich doch nicht gut eine minute in 4k 60 fps ohne codec 100 gigabyte und rate mal was ich dann für ein scheiß problem hatte speicherplatz diese datei wurde drei terabyte groß wie bitte drei terabyte 3,01 terabyte oder so das ist krank nur weil es unkomprimiert ist ich habe halt nicht den passenden codec 3,01 terabyte ganz genau und danach habe ich sie kleiner gemacht dann ist nur 3,7 gigabyte groß gewesen so konnte ich sie ins internet hochladen immer abgeben internet laden blablabla so ist aber richtig krank ja also ich kann halt ich kann das jetzt erstmal nicht machen weil ich habe so viel speicherplatz nicht frei ja bieten hier schon die 500.000er leider machen die 450.000 also ich kann also ich kann habe weil ich müsste mir eigentlich noch eine festplatte kaufen ich habe eine alte von mein habe ich als rate zusammen geschlossen und habe dann das somit speichern können auf was gehe ich auf das gehe ich ja und ich werde das jetzt so machen zum einen ist auch die frage wer kann denn das konsumieren wer besitzt denn ein 4k monitor außer ich habe keinen schwanz genau und dann habe ich mal versucht weil eine ein video von lol habe ich schon mal in 4k hochgeladen ist noch nicht veröffentlicht weil ich will erst abwarten wie ich das ganze material von meinem pc geschnitten habe ja und ja und ja ich weiß aber ich habe dann versucht ich habe ja nur 50.000 da hier die ganzen die vollen 120 kriege ich ja nicht direkt da müsste schon direkt neben dem router mit dem kabel sein durchs delan ist das halt bei mir verlangsamt und ja und ich habe dann einfach mal versucht dieses video abzuspielen während es hochgeladen ist und mein internet hat es nicht hinbekommen mit einer 50.000er leitung ne der hat der hat gebuffert der hat gebuffert und deshalb überlege ich mir stark nur ja also jetzt nur mal jedes spiel was ich in 4k zocken kann einmal in 4k hochzuladen und danach werde ich wohl weiterhin auf full hd bleiben ich könnte noch die wq auflösung die zwischen auflösung könnte ich noch machen wq hd die könnte ich noch mal das wäre 1.800 spiel full hd reicht doch auch das ist doch auch sowas von ausreichend oftmals ja also 4k hochzuladen 5 jahren so richtig auflösung schon hier über oh god hilfe aber ich mache es jetzt so ich nehme immer in 4k auf wenn möglich denn das jetzt hier rum umzustellen beim spiel ist echt kacke und dann beim schnitt werde ich dann die niedrigere auflösung nehmen sorry besser retten konnte ich dich nicht da tschuldigung machen wir müssen da ich folge dir mal aufwendig 8 7 die space marine die starcraft map ist geil gibt es eine neue map oder wie ja echt zwei neue maps und die starcraft map das ist die eine davon glaube ich ich habe das spiel seit jahren geshoppt also naja wann hast du keinen pc mehr drei vier monate da gibt es schon jetzt neun oder acht monate zehn monaten sie mir ja was denkst du mir das mit ab jetzt gehauen hat ich denke mir auch so gut wie lange die grafik macht so viel besser kommt die scheiße ich muss dazu sagen nicht jedes spiel kann ich in 4k zocken ich zog zur zeit vor lauf 4 und damit das halt wirklich flüssig läuft es läuft nur auf bq hd auflösung also 1 unter 4k und dann auch nur mit also es reicht aus zwischen 60 und 45 fps 4k würde das spiel nur zwischen 40 und 30 laufen das mache ich nicht das würde ich noch auf 4k zocken was ich da ich kann links habe hier heißt borderlands das ging noch viel k ohne probleme das war nicht geil sogar bei einer szene wohnen nur physik rotz war auch gut auch gut auch gut holen wir die boppels ja ich schon ja gib ab gib ab oh ein 5er bobble gib ab dann haben wir direkt die königin also 4k das ist schon gerade dauernd ist halt relaxed level ja was hast du noch so wie läuft es auf der arbeit ja ganz gut ich bin schon oftmals eingeschlafen ja ich muss auch zugeben ich habe letztens powersleeping gemacht ja ich auch ich habe wir hatten nichts zu tun weil da gerade momentan produktionsstopp war wirklich wir hatten halben ich habe nur gepennt was machst du noch mal genau aber ich habe die arbeitest du da genau ich mache noch ein jahr dann bin ich raus ist der viermal wieder da muss ich wieder aus dem markt zuhören ja ja bin ich denn dann komme ich denn jetzt kommen das musst du gar nicht erwähnen das könnte ich auch rausbebsen du musst dir nix von gehalt sagen auch stimmt ja dann machen wir weg ja das gibt es jetzt noch was macht jetzt noch mal genau also bis dann was denn das darf ich nicht erzählen ist ja du kannst ja sagen was wir mal halt ist nein habe ich nicht ja das ist ja erstellst oder ja ich muss ich muss sachen testen herstellen zusammenbauen so sachen nicht machen ja ich muss kurz leitungen ziehen also fernsehleitungen internet übergeht und ich arbeite im moment allein mein kollege der hat sich freigenommen dem geht es gerade nicht so super der hat gerade viel um die hornfamilie und da hat er sich halt nur urlaub genommen das alles so und da arbeite ich gerade allein und kann mir einen gediebenden machen ich höre dabei ich kann bei der arbeit mit dem stöpselkopf eurer musik hören das ist ja so ein riesiges mehrfamilienhaus hochhaus mit zehn zwölf stockwerken mitten in frankfurt ja ja ich hab ich hab ich hab auch voll die gechillte aber das ist ja ähm fügt in die nähe des gegners schaden und so ey schießt mich nicht an alter guck mal meine käfer her die räumen auf die käfer schauen wir uns machen auch keller mehr schaden hier kam ich muss mal ran zu alter auf der höchsten krassen ich hab ich habe keine kanten es gibt einfach keine kanten mehr ich habe kein flimmern kein gar nichts der ich auch nicht so ich glaube ich muss noch mehr aufs spiel konzentrieren ja ohne scheiß weil 36 50 aber ich habe lange kein lp mehr aufgenommen ich wollte hat erst wieder let's place aufnehmen wenn wenn ich dieses riesen projekt zu meinem tower pc fertig geschnitten aber ich habe kaum elan und das ist so viel material ist der wahnsinn das musste hier zehn sekunden warten wir haben ja fast gewonnen ist das jetzt eigentlich gegen bots oder gegen richtige spieler gegen bots ja das mal zum eintrainier angewöhnt wieder den lebende hatte dings jakob war ja kürz und dann hast du gesagt er hat jetzt nur kurz aber was und er hat jetzt zeit zum zocken oder ab und zu da hat jetzt irgendwie der studierte monat ja ja da in den monaten hat er jetzt war frei auch umfang ist ja ja und okay er hat zu mir schon gesagt im dezember dass er sich halt mehr aufs studium mit konzentrieren informatik ja ja das hat er wieder aus was mit der lisa los ist ich hab dir ein groß neugierig die ich hatte ja dann auch groß neues zurückstehen was jetzt bei der beruflich ist weiß ich nicht der peter den habe jetzt auch man geschrieben der wollte auch mit mir zocken ich krieg das nicht auf die reihe das mal zu managen vor allem lol aber ich habe mir jetzt auch mal hotz vorgeschlagen ich habe ihn jetzt auf die schnelle nicht in steam online gesehen und ja das sind halt die leute die halt noch mit uns die mitzocken kommen damit wir mal ein fünferteam zusammenkriegen angriff gegen ja mann ich habe ihn geholt jetzt gehen wir rein auch nein die 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 und die m wenn wenn er er achte 2 woher die die Weg hier, weg hier. Die haben die Heldin hier total geändert. Warte mal, die Angriffe gegen Heldin. Was haben sie geändert? Meine Heldin mal wieder. Ah. Ja man, ich geh hier voll ab. Und noch mehr. Und noch mehr. Ach, was natürlich auch noch sehr interessant ist. Sorry, das ist das Thema mit Ansprech. Wenn du halt Spiele auf 4K spielst, dann skaliert hier so das HUD nicht manchmal richtig mit. Aber bei HOTS, null Probleme. Bei mir gab's das jetzt... Recht nixfassend. Ja. Weißt du, Gnautica, das läuft auch recht gut. Aber ich brauch endlich mal einen Treiber. Aber ich muss die Grafikkarte noch einschneiden. Ja, aber du hast ja Nvidia, das Ding macht das ja fast schon automatisch. Ja. Nein, das hab ich nicht mehr. Das haben sie jetzt abgemeldet wieder. Ja, stimmt. Du musst dir da ja... Das Experiments hab, glaub ich, seit ein paar Monaten musst du deine E-Mail angeben. Nee, ich hab gar nix mehr. Also das hat sich geschlossen bei mir. Das ist vorbei. Das ist das Experiment. Das weiß ich. Das weiß ich nicht mehr. Wenn hätten wir uns nochmal holen. Das ist nur ganz praktisch. Aber dass die auch wieder eine scheiß E-Mail haben wollten, ey. Wollen nur Daten haben. Boom. Ich kann mein Ult jetzt zweimal einsetzen. Boom. Ist er tot? Nein. Oh, wir haben gewonnen. GG, Digga. Ja, Mann. Blutrautsch. Ging aber schnell. Beat. Ich lasse euch euer Leben. Ey. Was ist das denn? Kenn ich nicht. Das ist jetzt neu, da wird der beste Spieler aufgezeigt. Ach so. Ja, ja. Und dann kannst du so wie bei Overwatch auch jetzt... Block Payne kann ich und war ran. Wie? Neh mich nicht. Ich nehm halt dich. Auch wie nett. Da kannst du abstimmen. Mal sehen, was passiert. Das ist jetzt nix. Dann musst du wieder raus. Dann musst du raus sein. Ja. Das ist dann so. Ich dachte, ich hab auch items oder so. Ja, items gekrass. Aufwärtsschalten und so Sachen. Irgendwie da ist voll viel Neues dazu gekommen. Krass. Ich bin 30 Wehen abgegeben. Damit liegst du immer den durchschnittlichen Endspieler von 26,5. Äh. 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 Ich hab krank. 10 Millionen. Guck. Rainer hab ich ja schon auf Level 10. Der ist ja schon voll OP hier. Den hier hab ich jetzt auf Level 7. Nämlich auch auf Level 10. Der hat schon den neuen Skin. Pass auf. Wenn ich so mach. Zack. Das ist der Original Skin. Mit der grünen Fresse. Und wenn ich aber so mach. Zack. Hat er so ne rote Fresse. So ne rosa. Ne. Du musst dich seh den Skin grad nicht. Bei mir hast du nur den alten Charakter drin. Du musst den erst auswählen. Dann kurz vor bereit gehen. Kurz auf bereit gehen und dann zurück oder was? Naja. Ich seh immer noch diesen Anu Barak. Ja genau. Anu Barak. Und das ist der andere Skin hier. Ah ok. Ja jetzt seh ich den Skin. Und das ist der neue Skin wo ich gekriegt hab. Ja mit den Spinnweben. Ja und weiß. Mit den Wixfäden. Hat er davor auch schon gehabt. Nur er ist dann rosa und irgendwie weiß. Krass. Ja. Ja. Was ist das für eine Heldin? Die ist Dote. Talente. Was machen wir jetzt? Ja ich würde die Aufnahme stoppen. Dann wieder starten. Dann machen wir noch eine Runde gegen echte Spieler. Und danach würde ich gerne Fallout zocken. Ok kein Thema. Also eine Runde noch. Ja eine Runde noch. Ja eine Runde noch. Gut dann sag ich jetzt erstmal tschüss. Und für die, die wir gleich wieder sehen. Sehen wir dann eben wieder gleich. Tschüss und bis denne und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Jetzt bist du abgebrochen. Nö. Ich hab einfach nur meine Fresse gehalten. Ja aber stopp.